Ich ging eigentlich die letzte Runde relativ smooth an und auf einmal lenke ich ein und es wird von der Straße geschoben vom Montonio. Also ich denke, dass das schon ein ziemlich mutiger Bremspunkt war, den er da gewählt hat. Und in der letzten Runde für die letzte Kurve muss dann sowas passieren.